Hallo, liebe Gruselfreunde und Gruselfreundinnen, wir freuen uns tierisch, Mathias und ich, dass wir jetzt hier beguckt werden von allen Menschen, die da noch stehen, die sich darüber lustig machen, dass ich durchfallgefährdet... und Mathias fluchtgefährdet scheiß Horrorspiele spielen müssen. Hört mal auf zu klopfen, das stört uns hier. Der freut sich, dass er diesmal nicht Horror machen muss. Ja, haut mal alle ab. Ja, echt scheiße. Alter, das ist ganz, ganz gemeine Scheiße im Mund. Kannst du spielen? Nein, du hast gedacht, du spielst. Lass uns spielen wenigstens jetzt ein bisschen. Das geht, irgendwie ist eine richtige Hemmung. Ohne Witz, ohne Witz jetzt. Ist die Hemmung auch hinten oder ist sie nur... Geh mal ein bisschen weiter nur. Oh Mann, Alter, ich kann nicht. Ohne Witz, ich kann das echt nicht. Das ist kein Scheiß. Was war das, Alter? War das jetzt draußen oder ist das im Spiel? Das ist im Spiel. Ich hab wohl kein Saum bekommen. Das war ein übles Klatschen, Alter. Oh, fuck it, Alter. Ohne Witz. Boah, die hast du nur auf den Zettel geguckt. Was ist denn das wie ein Geräusch? Der Zettel ist sogar leer, Mann. Ich kann das nicht spielen. Ich kann das nicht spielen. Du siehst, das hier hingesetzt, jetzt spielst du die Scheiße. Ich häng fest. Ja, das Spiegel glitscht. Ich häng fest. Du hast Spiegel glitscht. Ich häng fest. Du fängst, spielst jetzt. Ey, hör auf mit so einer Scheiße. Ich kann nicht, ohne Witz, ich kann nicht. Du kannst mich echt am Arsch licken. Mach nicht immer lauter. Die machen lauter. Das ist nicht cool, Mann. Alter, was? Was ist das für ein Schrank, Alter? Da kommt es auf dich zu. Jetzt kommt bestimmt so eine Jumpcare-Scheiße, ohne Witz. Boah, nö, ey. Das geht jetzt überhaupt nicht klar. Das geht überhaupt nicht klar. Das kann überhaupt gar nicht sein. Alter, warum haben wir dieses Format überhaupt gegründet, dass wir das machen? Weiß ich nicht. Hätten wir mal gesagt ... Das war deine Scheiße-Idee, Horrorspiele zu spielen. Hätten wir echt mal die Playstation gesagt, wir haben keine Spiele, wir haben was vergessen. Scheiße. Ah! Ich könnte niemals so was spielen. Es gibt Leute, die spielen so was freiwillig. Die setzen sich abends hin zu Hause bei sich. Das mache ich heute. Ich spiele heute ein Horrorspiel, was mich richtig psychisch fertig macht. Aus so einem Scheißgrund spielt man das. Fuck you, ey. Fuck you. Fuck you. Fuck you. Oh nein. Okay, alles klar. Ich bin gestorben. Da kommt einer in die Treppe, Alter. Wer erschreckt uns? Du musst ja nicht jetzt wieder, ne? Ich muss nicht, kann nicht. Die haben gesagt, du wirst gesagt ... Alter, ich kann auf keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Das ist nicht möglich. Ja, du hast gesagt, du spielst ... Das ist nicht möglich. Das ist nicht möglich. Du machst das richtig gut. Du machst das richtig gut. Wenn ich weiter an der Schule anfasst, dann boxe ich dich. Man tisse, du machst das richtig awesome. Ich habe noch niemals so schön jemand spielen gesehen. Oh je, wir sind in der Hölle. Alles klar. Alles klar. Ja, das war's mit dem Horror Gameplay. Da laufe ich jetzt nicht rein, Alter. Nein, Alter, ohne Witz. Alter, weiter! Was war das? Mann! Das kann doch nicht ernst sein. Das kann nicht ... Das war's. Ich bin weg. T-Bag. Oh, ich hab's nicht in den Augen. Ich hab mich so erschrocken. Ah. Jaaaaaahh. Aktuell, ich Scriptures. TRIEDIT chopped. Aktuell, ich irgendwo habe den Astronom Alright. Die presse singende Princess look.